Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute möchte ich mit euch zusammen mal ein Produkt testen. Und zwar den Ebelin Professional Nagellackentferner Express. Ich lackiere mir gerne die Fingernägel und bisher habe ich immer beim Entfernen des Lacks auf den normalen Nagellackentferner, den man so in der Flasche hat, den man auf ein Wattepad schüttet und dann über die Nägel reibt zurückgegriffen. Hat für mich bisher auch immer ganz okay funktioniert. Manchmal musste ich doch ein bisschen länger reiben, bis dann der Lack auch irgendwann runter war. Deswegen habe ich mir überlegt, probiere ich doch mal was anderes und habe dann im DM dieses Produkt gefunden. Habe mir gedacht, ich probiere es mal aus. Ich habe es wirklich noch nie getestet. Und ihr erlebt jetzt heute eine Premiere mit mir damit. Ich hoffe, es funktioniert auch. Ja, mal schauen, wie die Erfahrung sein wird. Ich werde nicht von DM oder Ebelin oder sowas gesponsert. Ich habe mir den Nagellackentferner selbst gekauft und werde euch hier jetzt meine private eigene Meinung dazu sagen. Ich musste natürlich trotzdem erwähnen, wegen Namensnennung ist es dann unbezahlte Werbung. Aber mal schauen, ob es überhaupt zu einer Werbung wird oder zu einem Rant. Je nachdem, wie das Ganze funktioniert. Okay. Okay, es riecht erst mal ziemlich intensiv. Ja, es sieht aus wie eine größere Flasche mit einer größeren Öffnung. Und da drin ist jetzt, ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, so ein schwarzer Schaumstoff mit einem Löchlein drin. Also ich habe mir die Anwendung schon mal durchgelesen. Man soll wohl jetzt einfach seinen Finger da reinstecken. Und dann soll sich der Nagellack wohl auflösen. Ich werde das gleich mal probieren. Ich habe eben gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch so als Kind, wenn man irgendwie so eine Naturerkundungsfahrt oder irgendwie sowas gemacht hat oder in so einem Erlebnismuseum war, da gab es immer so Klappen, wo man irgendwie seine Hand reinstecken sollte. So fühle ich mich eben gerade. Und da hatte ich immer Angst, dass da irgendwas drin ist, das mich beißt. Also ich denke mal jetzt nicht, dass im Nagellackentferner irgendwas drin sein sollte, das beißt. Vielleicht höchstens irgendwas, was ein bisschen brennt. Weil wenn die Haut nicht so ganz in Ordnung ist, passiert das ja gelegentlich mal beim Nagellackentferner. Aber sollte okay sein. So gut, ich höre mal auf zu labern und stecke mal meinen Finger da rein. Okay, es fühlt sich an wie, ja, als würde man nassen Schaumstoff anfassen. Laut Anwendungsbeschreibung soll ich die Finger nacheinander in den Schwamm eintauchen und drehen. Dann drehe ich mal. Ja, mal schauen, wie lange das dauert, ob ich überrascht sein werde oder ob sich überhaupt nichts tut. Denn ich verwende eigentlich immer vergleichsweise viel Nagellack. Ich mache immer eine Schicht Unterlack. Dann kommen ein bis zwei Schichten Farbe drauf, je nachdem wie intensiv die Farbe ist oder je nachdem auch wie intensiv ich die Farbe haben möchte. Und meistens nach einer Schicht ist dann doch immer noch so ein bisschen wenig Farbe drauf. Deswegen nehme ich gern immer noch eine zweite. Und dann mache ich Überlack drauf. Da nehme ich meistens mehr als eine Schicht, also mindestens zwei, manchmal auch drei, wenn ich irgendwie will, dass mein Nagellack besonders lange hält und widerstandsfähig ist. Deswegen, ich glaube hier, das Fläschchen hat gerade schon einiges zu tun mit meiner doch recht reichhaltigen Nagellackschicht. So, ich werde jetzt mal, ich denke, ich habe jetzt genug irgendwie den Finger da drin stecken gehabt und gedreht. Mal schauen, wie das Ergebnis ist. Ach was, ist komplett weg. Ja, nice. Also bis auf so ein kleines Körnchen, was hier irgendwie noch hängen geblieben ist, aber das kann ich, glaube ich, ganz gut wegkratzen. Also ich bin gerade wirklich positiv überrascht. Also ich habe jetzt wirklich gedacht, da ist jetzt noch einiges an Farbe übrig, wie man das so kennt, wenn man ja die Nägel ablackiert. Also ich bin ja begeistert. Also hallo? Ich werde das gleich mal mit dem nächsten Finger nochmal machen und dann vielleicht nicht ganz so lange da drin rumdrehen. Einfach mal, um zu gucken, wie lange braucht dieser Nagellackentferner, um diese ganzen Schichten zu entfernen. Vielleicht brauche ich die ja gar nicht so lange da drin drehen, wie ich das gerade gemacht habe. Vielleicht dauert das auch nur ein paar Sekunden. Ich werde mal schauen, mal schauen, wie das jetzt bei dem Nagel ist. Auch schon weg. Ja, hallo? Was bist denn du für ein geiles Teil? Was habe ich für Zeit verschwendet in den letzten Jahren mit halbe Stunde lang Nagellackentfernen und jetzt geht das innerhalb von ein paar Sekunden und so unglaublich günstig. Das ist ja wirklich eine nice Sache. Ich bin positiv, sehr, sehr angenehm überrascht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wird dieses Fläschchen halten, weil irgendwie muss der Nagellack, den ich da jetzt entferne, schon wieder weg. Ey, guckt euch das mal an. Wirklich, nach ein paar Sekunden da drin rumdrehen, ist der Nagellack weg, bis auf so Mini-Rest. Aber das ist okay. Also da kann ich nochmal drüber gehen oder nochmal kurz den Finger reinstecken. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange die Flasche halten wird. Also es wird mit Sicherheit irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn vielleicht irgendwie die Schwämmchen trocken sind oder zu viel ablackierter Nagellack da drin sein wird. Ich werde das einfach mal ausprobieren, ob ihr das gehört. Das waren irgendwelche Nachbarn, die ich glaube gerade ein- oder ausziehen und ein bisschen Krach machen. Ich hoffe, das stört jetzt im Hintergrund nicht allzu sehr. Ja, hier ist an dem Rand irgendwie noch ein bisschen was hängen geblieben, aber mein kleiner Finger hat ja auch wirklich einen sehr, sehr kleinen Fingernagel. Da kann schon mal ein bisschen an der Kante was bleiben. Aber geht wirklich super schnell weg. Ich bin echt positiv angetan. Also ich glaube, wenn dieses Fläschchen nicht mehr funktioniert, werde ich mir das auf jeden Fall nachkaufen. Hat auch, glaube ich, 1,29 Euro gekostet. Also jetzt wirklich ein absolut passabler Preis, also den man absolut ausgeben kann. Und dafür, dass man wirklich in wenigen Sekunden seine Nägel ablackieren kann, ist das ein total schönes, zuverlässiges Produkt, mit dem ich mehr als zufrieden bin. Also alles weg. Gut, die zweite Hand erspare ich euch jetzt auch. Ich denke, an der ersten Hand hat man jetzt auch wirklich gesehen, das hat gut funktioniert. Ich hatte hier jetzt Unterlack, zwei Nagellacken, ich hatte fünf Schichten Nagellacken auf beiden Händen und innerhalb von wenigen Sekunden hat dieser Express Nagellackentferner die aufgelöst und ablackiert. Ich bin begeistert und werde das gleich mit der zweiten Hand auch nochmal machen und kann euch dieses Produkt wirklich total empfehlen. Ist überraschend gut, gefällt mir. Klare Kaufempfehlung bzw. Anwendungsempfehlung. Super Sache. Gut, ich hoffe, euch hat dieser erste Produkttest mit mir gefallen. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht und ich war echt positiv überrascht, was ich hier herausgefunden habe. Und wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Ramis. Gut, ich hoffe, euch! Vielen Dank.